Alle Erwachten können den Praktizierenden als Vorbild dienen. Sie inspirieren jene, die sich noch auf dem Weg befinden, sich mehr anzustrengen, damit sie irgendwann einmal ihren Vorbildern gleichkommen und wie diese Mitgefühl und Weisheit entwickeln. Unsere Fähigkeit zur Einsicht hilft uns, dieses Ziel zu verwirklichen, sobald sie nicht mehr von negativen und störenden Emotionen den Quellen des Leidens verdunkelt wird. Wenn der Verstand von guter Motivation gestützt wird, ist er ein unschätzbar wertvolles Werkzeug.